So, wenn ich jetzt flott unterwegs bin, könnte es etwas werden, aber da kommt ja der nächste, so, guckt euch das an. Oh, Bosch hat mitgenommen. So. Eng, 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 eng. Die ganze Zeit blickern. Okay, ich bin offener Tür gefahren, wie geht das denn? So, weiter geht's. Ach ja. Ja, rechts rum geht der Gelsenkirchen-Bur und nach Herthen. Aber wir haben ja immer noch ein gutes Stück zu fahren. Was sieht man denn hier an? Ja, Stunde zwei haben wir schon. So sieht das aus. Wir haben noch ein bisschen, bis wir da sind. Und ich habe nichts mehr zu trinken gestorben, das ist noch viel schlimmer. Oh, jetzt ist grün, dann können wir fahren. Ach ja, komm. Komm hier, gib hier weh. Wir kommen schön weit nach vorne. Hallo. Hallo. Gut drei Minuten drüber. Was hat denn? Die Tür ist da zu, oder? Ja. Fragt man sich doch manchmal, warum fährt der Busch nicht los, du? Die Masukchule. Die Masukchule. Können wir mal schön rollen lassen. Das ist ja herrlich. So. Hallo. 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 nabbelnd ach so so ja das auch noch ok 2,70 30 auf 5 bitteschön schließen die Türen schien wir schnell runter grüne Ampläne und fahren jetzt so langsam aber sicher gleich hier raus Hegestraße guck mal da wird auch grün und wenn die schneller fahren würden, könnte ich auch mal schneller hinterher kommen 3 Minuten haben wir immer noch da 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 hey man hast du auch so eine Karte wo ich den ganzen Tag durch die Gegend fahren kann? ja klar habe ich da guck mal drauf an was du mir gibst jo man, dankeschön hau rein man, was geht man jo man, jo was geht ne ja 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 jo man, haha ja man heißt das ja man jo man naja aber ich glaube die Verspätung werden wir jetzt nicht mehr reinholen die 3 Minuten das ach ok mitgenommen nicht stimmt Birkenweg da steht auch keiner da steht auch keiner da steht auch keiner da steht auch nichts dran vorbei die josefstraße die josefstraße guck mal wieder ein weißer Bus so ein Tekturfehleraufruf hier guck mal wieder ein weißer Bus da steht auch nicht passiat So, auf die letzten Meter. So weit ist es jetzt nicht mehr. Ich möchte wetten, hier auf der Landstraße, da wollen sie auch wieder raus. Da ist keiner. Okay, na schön. Ich will wenigstens ein bisschen fahren, ja. Nächste Autostipp, wo ist die Straße? Juhu! Juhu! Ja, aber es ist nur 50 erlaubt hier, ne? Und um plötzlich 80. Juhu! Und dann steht da jemand. So, komm rein! Moin! Moin! Schlagkampf! 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 Schlag, 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 Schlag. Sorry, da steht jemand. Guten Tag. 80 erlaubt, dann wollen sie auf einmal leicht zeigen hier. Nächste. Dorfheide? Da steht jetzt mal keiner, dann ziehen wir mal durch. Blinderfahrt, CSK, Nix. Die Florde. Die Florde. Die Florde. Oh, da war ich schon, Entschuldigung, ich hab geträumt von mir. Entschuldigung, ist da Jute-Jange, Jo, nur ein Abend, aber es hätt ja noch Jute-Jange, ne? Da war ich grad so im Gedanken und hab die Haltstelle mal übersehen. So, wir sind jetzt mittlerweile im Badkrab angekommen. Badkrab, hier schauert mich. 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 dann geht es weiter und ich sehe wieder nichts das etwas sehe ich ja, ich fahre mal ein bisschen schneller wie erlaubt hier ist überhaupt nichts los so, weiter gehts ja, jetzt drückt er mir hier gerade Fehler genau, was soll denn der Scheiß gucken, was jetzt gleich passiert immer noch Fehler, 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 Fehler jetzt ging er im Endeffekt um die Mucken das geht gar nicht Zugriffsverletzungen, ja keine Ahnung, was er jetzt gerade von mir will soll ich mal nicht so anstellen egal, läuft ja immer noch gut, der ein oder der Bus der ein oder andere Bus, sagen wir mal so der war gerade weiß da geht nix da geht nix schon wieder mein Gott, was geht jetzt los hier um sie, um sie, um sie ja, um sie, bis gut ich meine, man kann es auch übertreiben ne aber dafür ist um sie ja bekannt so, da geht nix und nun gehts weiter da sind ja fast am Ziel jetzt meint er, um sie, äh, Zugriffsverletzung ja, ich habe wieder eine oh Gott, schlimm jetzt ähm, 340 Strohbau, sagt er, ok ok, können wir weiterfahren, da will keiner rein und keiner raus im Kloster wollen sie alle raus genau da sind sie ja auch alle gläubig so, ja, wir müssen mal noch gut gefällt cool, direkt grün so muss es sein alles klar fahren wir jetzt zur Endstation oh, Nachladen von Omsi na, na, na machen wir ihn jetzt schwach um sie nicht auf die letzten Meter da vorne scheint er nicht mal nachzuladen aber das soll uns nicht kümmern wir sind angekommen stellen wir uns was schön hier hin öffnen die Türen das war's Wahnsinn, angekommen ja, ich weiß wir sind ein wenig zu spät aber es hält sich ja noch in den Grenzen stehe ich ein bisschen ja gut, komm, ich stehe eigentlich gut gibt es Schlimmeres so machen wir vorne mal die Tür zu damit da keiner mal reingeht das machen wir auch zu die Leute sind noch nicht alle ausgestiegen jetzt aber ok so, das war's die Linie SB36 das Ganze von Gelsenkirchenburg bis Bottropke, Schellen, Schulze, Delitzstraße wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like da oder direkt ein Abo wenn ihr dazu Lust habt ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Let's Play ob es Omsi ist weiß ich noch nicht lasst euch überraschen bis dann euer Andi haut rein Amen Vielen Dank.